Musik Jochen Aumüller, einer der derzeit besten Eis- und Extremschwimmer Deutschlands, hat geladen zu 100x100 Meter schwimmen, 10.000 Meter im 25 Meter Becken. Das ist eine harte Nuss, da mache ich mit, da gehen wir rein. Musik Bist schon erfroren, was sagen deine Muskeln? Nichts! Nichts! Zucken sie wenigstens mal! Nichts! So, Nuss geknackt, I challenged myself. Hier ist der Beweis, 100x100 Meter schwimmen sind im Kasten. Zuverlässige Veranstaltungen, ich kann es jedem nur empfehlen. 10.000 Meter sind einfach auch verdammt schnell vorbei. Das war's!